Meine Damen und Herren, womit beginnt ein Bewerbungsgespräch? Was ist das Erste, was Sie tun? Sie warten im Vorraum. Der Chef sitzt drin, Sie warten. Und da ist wichtig, dass Sie seriös warten. Seriöses Warten heißt aufrechtsitzen, nicht rumfläzen, sich nicht hängen lassen im Stuhl. Dann kommen Sie auch gar nicht schnell genug raus, wenn der Chef dann kommt. Plötzlich. Seriös warten ist ganz wichtig. Denken Sie immer daran, Sie sind verantwortlich für das Klima während eines Bewerbungsgespräches. Sie sind verantwortlich für die Harmonie. Sie sind verantwortlich auch für das Ergebnis des Gesprächs natürlich. Darum halten Sie sich an unserem Motto. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. L-M-A-A. Lächle mehr als andere, heißt das. Lächeln Sie die Leute an. Sie werden merken, ein harmonisches Gefühl entsteht. L-M-A-A. Und was ich Ihnen auch noch auf den Weg mitgeben möchte. Üben Sie. Schauen Sie, bei Olympischen Spielen die Leute, die eine Goldmedaille gewinnen. Die haben geübt. Die haben nicht nur Talent. Die haben geübt, geübt, geübt. Und das tun sie auch. Also L-M-A-A und üben, üben.